Kim Gloss Kim Gloss, die Liga hat sie vor der Obstucht gerettet. Kim Gloss will mit den Beauty-Angriffen Schluss machen. Brustvergrößerung, Lippenaufspritzung, Haartransplantation Für die Schönheit hat sich Kim Gloss, 25, schon einige Male unters Messer gelegt. Zuletzt ließ sich der ehemalige DSDS-Star Fett an den Oberarmen absaugen. Doch jetzt soll mir den Eingriffen Schluss. Der Grund, Kims Freund Alexander hat genug vom Opfern seiner Liebsten und zieht die Reißleine. Ich finde einfach immer etwas, was ich verbessern könnte. Kim Gloss ist nicht gerade für einen dezenten Look bekannt. Schon während ihrer DSDS-Teilnahme 2010 fiel sie mit ihrer ausgeprägten Liebe zum Make-up und Styling auf. Aus der Schminkleidenschaft wurde mit der Zeit allerdings eine Sucht nach Schönheitsoperationen und es folgten einige Besuche beim Beauty-Look. Ein teures Vergnügen, rund 20.000 Euro soll Kim bereits in ihren Körper investiert haben. Ich finde einfach immer etwas, was ich an meinem Aussehen verbessern könnte. Deswegen wäre ich fast der Obstucht verfallen, sagt die 25-Jährige. Aber jetzt will sie mit den Eingriffen aufhören, denn ihr Freund Alexander ist absolut dagegen. Und er sagt sogar, dass ihre Beziehung ernsthaft in Gefahr sei, wenn sie mit der Schnippelei am eigenen Körper weitermache. Warum die Obst ein Trennungsgrund für ihn sind, erfahren Sie im Video.